hey leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von jenna bei ich bin zero ja ihr lieben wir haben den bunker gefunden und die cavi hat eine nix mission gestartet unsere andere mission werden es sein wie anderen bunker zu suchen selber aufnahme zerstört würde ich sagen evicinie voll durch genau wir haben alle zuckende finger und ich würde sagen los geht's weißt du was mich wundert dass du weiter tanzt nein wo habe ich meine ganzen waffen hingesteckt das will ich gerade nicht wissen aber okay schade ich wurde schon wieder angepinkt ich auch angepinkt die pinken ja bestimmt durch den bunker so wir können überall jetzt noch lang alter wo sie überall lang geht das sind die fischer die uns vielleicht jedes mal sehen naja dann sind hier noch ein paar ne ihr schnurrt was geradezu nein nicht weiter yes dass das überhaupt nichts gemacht hat sehr knuffig dafür dass ich hier so rumhüppel nice das hat sich ergeben ja hinterm karton so was haben wir denn hier auf jeden fall ist hier noch irgendwo eins ist sie da eine kiste ich sehe hier eine kiste genau die kiste meinte ich hier geht es dann auch weiter alter du schiebst mich voll krass ich stehe hier gerade die ganze zeit was haben wir denn hier wieder auch was ist denn das zielfährung vor für gewähren warte mal sehr schön macht kaum schaden in dieser zu der jetzt schieb ich dich hast du die kiste hier hinten nein noch nichts ich glaube hier ist nichts bist du sicher und die ist leer hallo kleinen hosen scheiße ok komm wir probieren mal die waffe ich glaube von der habe ich leider nicht so hier muni ok ok das sind zwei verschiedene panzerbrechende munition automatik so und hinter tür nummer 125 ist nichts derselbe raum wie gerade eben leer munition ich krieg immer so viel munition in den poppes gesteckt leer munition reichlich na gut sagen wir mal reichlich von vielen verschiedenen es scheint auch soweit leer zu sein da lang jetzt habe ich gerade überlegt wo wir lang gehen müssen was du bist doch hier das wandelnde navi eigentlich ja ab und zu habe ich auch mal so ein kleinen eheph äh ähnlich so von da kamen wir da hinten hatten wir auch noch einen touch Ich glaube die Viecher hocken oben. Da waren wir doch schon. Hier fliegt was. Aber nicht hier. Minken, Herr Ferdinck, Pavel Swoboda. Fien ernärmer sich und vorbereite Anfall. Wir brauchen unmittelbare Verstärkung. Repetieren unmittelbare Verstärkung. Bekräfter komm. Wir können vier, fünf Maschinen zu närmen sich. Wir können die Hollandshaltung umstringen, viel länger. Bekräfter komm. Sturm, leh du. Fünf Maschinen einfach wegballern, Mann. Oh, der meinte dick, dick. Und dann haben wir die Mission schon mal beendet. Irgendwas pingt uns hier immer an. Ja, das ist so ein Flugvieh. Pink mal zurück. Hier waren wir noch nicht. Ich bin mir unsicher, dass ich das hier weiterhin im Bunker nehmen sollte. Warte mal, ich wechsel doch nochmal hier. Ist mir lieber. Boomst mehr. König der Welt. Ja, klar. Was war das? Da wird es nicht. Ich hab nix gemacht. Wally? Ich hab nix gemacht. Da stand nicht eh öffnen oder so. Alter. Wo bist du? Ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Okay. Meine Waffe. Könnte rechts von dir kommen, ne? Rechts ist nichts. Könnte über uns kommen. Und links ist auch nichts. Geradezu sehe ich auch nichts. Wir sind auf jeden Fall oben drauf. Laut. Und ich bin hier oben drauf. Kali, zurück. Kali, zurück. Nein! Oh. Ich glaube, du hast die Tür aufgemacht durch den Scan, wegen dem Barcode. Sorry? Würdest du da rausgehen? Nein, ich guck nur. Hier kann man doch looten. Ich komme hier nicht raus. Hier fliegt was. Ich kann dir nicht helfen. Manu! Scheiße, ich bin tot. Du musst mich wieder beleben. Beier, durch meine Zeit läuft! Baby! Eingabe wiederbeleben. Kannst du was machen? Weg! Ab in den Bunker rein. Scheiße, wo ich bin? Ab in den Bunker! Komm! Ich stehe hinter der Tür! Ich häng fest! Ich muss mich heilen! Ich häng fest! Ich häng wegen der beschissenen Tür jetzt hier fest! So rein da! Ich geh die wieder noch raus! Ne wieder! Ne wieder! Weiter weg! Damit die Tür zu geht! Ich hoffe, der geht zu! Ja! Ja! Da scannt noch über uns was! Ja! Wir hauen ab! Warte mal kurz! Ich muss hier... Ähm... Gott! Ich werde nie wieder Medi-Kir-O-Ki-O-Hin packen! Ich werde es allein 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 packen! Du bist aber immer noch knapp tot, oder? Ich bin 100 wieder! Ich bin... Bei mir hast du immer noch einen Totenschädel! Was? Toten... Ah! Alter! Hallo? Die Waffe ist doof! Für so ein kleines Vieh! Was ist hier los? Hier ist ne... Ah... Kiste... Aber... Ist... Na ja... Helia! Ja? Scheiße! Wo bist du, Mann? Ach, da bist du! Hab ich dich schon geöffnet? Jaaaa... Hatten wir schon! Hab ich Platz? Ich hab keinen Platz! Helia! Ja? Wo lang? Was? Über uns... Pip... Der... Wo... Wo... Wo müssen wir denn... So viele kleinen Viecher sollte ich, äh... Gewehr nehmen? Ja. Deswegen hab ich das hier auch ausgerüstet. Lieber hier in so einen engen Dingern... Gewehr. Da war vielleicht aus dem Bunker draußen waren. Kann es sein, dass die hier wieder neu gespawnt sind? Eventuell? Das könnte sein, ja. Hier unten ist ne Kiste. Hier ist auch ne Kiste. Hier ist auch ne Kiste. Ja! Ja! Verdammt doch mal! Ja! Erste Hilfe! Ja! Was? Alter, ich hab voll nen Grafikpack! Ich kann durch Wände gucken! Ja, nice! Geil! Wo ist ne Kiste? Ach, da ist ne Kiste. Alter! Hab doch... Ich glaube ich bin noch halb tot! Ich bin ein Geist! Ja, das glaube ich auch. Kann durch Wände gucken! Ich hatte solche Angst, Helia, Mensch. Ach, wir haben's so gut hinbekommen. Mhm. Wo ist n... Okay. Na, da ist er nicht genommen. Ja, ich hatte auch keinen Grafikpack. Alter, wie das aussieht. Interessant. Hier ist soweit nichts. Das Ding fliegt über uns. Mhm. Und da gehen wir jetzt auch raus, ne? Ne, ne, noch müssen wir jetzt auch raus. hoch. Ja. Kann so sein, dass es hier irgendwo ist? Oder ist es noch weiter oben? Wir müssen da, glaube ich, lang. Wir sind sehr nah an dem Vieh, hm. Kari? Ja? Alter. Ich muss nachladen. Scheiße. Ich muss auch nachladen? Du hockst mich direkt vor der Linse. Kommt noch eins. Von wo? Geradezu. Echte Hand auch? Pass auf. Ihr sehn nichts, da ist so viel Staub. Er kommt. Es kommt. Ich lade gerade nach, Mann. Ich kann nicht heilen mich. Nein, ich lade gerade nach. Ich bin tot. Oh, was tut es denn? Oh, ist dich da in Ernst? Wieder mit dem Eingabetasten drücken. Ja. Ab in den Bunker rein. Was hat denn meine scheiß Piss-Piss-Waffe gemacht? Die hat nur einzeln alles reingedrückt. Hallo. Mein Gott. Gut, Zielfernrohr ist erstmal doof. Gewehr wird für die Distanz auch gerade blöd sein. Schnauze da draußen. Wir müssen jetzt viel loswerden, ne? Ja. Aber erstmal heilen. Warte, warte, warte. Ich muss erstmal hochheilen. Ach, dass man nicht sehen kann. Wie weit, Mann, schon. Wie viel, Mann? Hey, jetzt ziehen wir noch ein. Die Frenzen wir jetzt zu. Latex. Was nehmen wir denn für draußen? Manchmal sind die dann schon nah dran, ne? Warte. Alter, was ist das für ne Waffe? Was hast du da genommen? Die neue. Da rett noch eins. Da ist noch eins. Oh, das war das Gewehr. Da ist noch eins. Da ist noch eins. Da ist noch eins. Haben sich aber ganz schön viele hier versammelt, ne? Durch das ganze Zeit hier, weiß ich nicht. Hier und her gelaufen, glaube ich. Anping, ja. Da ist noch ein bisschen Action hier. Na komm. Eigentlich muss ich mal ein bisschen Action hier. Wo lag jetzt denn das andere Viech? Wo lag jetzt denn das andere Viech? So, wo ist denn deine Eins? Da oben. Wo haben wir... Hä? Wo ist denn jetzt dieses Fliegeviech? Was für ein Fliegevieh? Das hatten wir doch schon. Gelootet? Nee. Aber vielleicht... Nee, hier liegt noch. Dies... Dies bohnt die immer. Hier ist das kleine Köpfchen. Okay. Aber es ist leer. So, also hier war die Eins und dann ein bisschen weiter rauf hier. War eigentlich... Aber hier ist nichts. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Warte mal, lass mal Karte gucken. Hier. Vielleicht bei der Hütte da unten. Das ist nämlich irgendwo noch eine Hütte. So. Da unten vielleicht? Ich mach erstmal meinen Punkt hier weg, ne? Ja. Wegepunkt entfernen. Den brauchen wir dann nicht mehr. Dann gehen wir noch zur Hütte runter und dann zu deiner... Zwei. So, sieht's aus. Wird das Viech gelootet? Musst du grad mal gucken wegen... Licht. Ah, das Ding ist echt gelootet. Oh. Was? Guckt ihr direkt vor den Ausgang, wo wir rausgekommen sind. Ah, kannst mal sehen. Also hier ist der Eingang, Ausgang. Jetzt kommt mal von hinten. Ah, das kann man nicht öffnen. Das kann man auch nicht öffnen. Nee, Fahrrad. Na, siehste. Was? Alles klar. Ich hab das Tor geöffnet. Es war da schon geöffnet. Ich glaub, das ist Holzmonie. Ist das Holzmonie? Ja, das ist Holzmonie. Na ja, nochmal abbrechen, ne? Na, 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 na. Fertig. Ist das auch Holz? Ne, das ist kein Holz. Nein. Fertig. Da komm ich irgendwie nicht ran. Hast du noch was geprompt gerade? Bei mir hast du jetzt die ganze Zeit einen toten Kopf übern Kopf. Du auch. Läuft doch. Ach klar. Oh, Kisten. Die hab ich doch schon geöffnet, oder? Fürs Jagdgewehr. Okay. Ich glaub Jagdgewehr hab ich schon. Oh, Bunker sind wir durch. War ich hier schon in der Hütte? Ja. In den Häusern? War hier was? Nein. Also du warst da noch nicht drin. Aber gab's hier was? Ja, aber unter dem Bett. Aber da kam ich nicht ran. Natürlich. Hey. Kommt man wirklich nicht ran. Bescheuert. Jetzt halt auch mal mit dem Tor rumzuspielen. Aber ich würde sagen, wir machen hier ein Aufnahmepäuschen. Dann begeben wir uns Richtung 2. Okay. Warte mal. Richtung 2 auf Gatte. Und das wird ein weiter Weg auf Gatte. Nein, ich wollte mit hochfahren. Och Mann. Hilferuf. Immer noch Hilferuf. Na ja, da haben wir noch ordentlich was zu tun, ne? Ja, aber sowas von. Aber ich würde sagen, vielen Dank für Susi, ihr Lieben. Und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.